Ja, mein Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute wieder mit der wunderbaren Mech unterwegs und heute wieder mit Kunran, Essex und Juli am Start. Wundert euch nicht, mein Name. Ich habe vorher Hand gespielt und habe vergessen, mich umzubenennen. Nächstes Mal hoffentlich dann wieder als der gute alte Nöt-Enjoyer. Aber Leute, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Viel Spaß mit der Runde. Ach, der neue Dingensersetzer da. Da kann ich ja gleich die Aufgaben hier mal starten. Oh, du hast recht. Nicht, dass man es nachher nicht schafft, ne? Jojo. Ich kenne keinen, der ist nicht geschafft. Nee, alles nicht. Es ist die Jejarin. Die Jejarin. Sie singt dir ein schönes Lied. Ich bin hier im Schrank. Ich bin richtig verrückt. Aber ich muss sie nachladen. Sie muss nicht nachladen. Sie hat noch nicht geworfen. Hat sie Iron Man? Vielleicht hat sie ja nur eine Axt, Juli. Oh, aber sie hat eisert eine Jungfrau. Da müssen sie gar nicht reinhören. Nee, ich auch nicht. Eisert eine Jungfrau und Seelenruhe hat Juli dabei. Ja, weiß ich nicht. Ich düse davon. Weil ich habe einen Eich. Heil of Spirit. Was will sie tun? Ach, um Gottes Willen. Ah! Geh weg. Was will sie tun und zack, dann die Axt flogen. Komm schon. Ja, jetzt wird sie nie mehr gefährdet. Ach, um zwei, die Füte. Was mache ich denn hier? Denn das ist gleich resettet. Meiner ist leider auch resettet. Ach, da kommt man natürlich nicht durch. Ach, Mann. Was denn? Eis cool, dann dran. Seid ihr stolz? Ich war gefährdet und wurde nicht getroffen. Wahnsinn. Du bitte? Jetzt rette ich dafür Kun dran. So. Ist die Beste. Achso, ja. Ach, da haben wir zu. Oh, ja. Mach ich gleich noch etwas mehr? Klettenpapier leer und was anderes noch. Oh, hier ist ein gelber Zinn, da gehe ich mal nicht hin. Oben im Schrank. Also, muss jemand jetzt wohl sich denn den Hintern abbiegen. Ich hab sie hops genommen. Sag mal, das wollte ich gerade machen. Sieht so aus, aber ich hab sie können. Ja, meine hätte auch schon zwar fertig sein können, aber ich hab ihn irgendwie viermal gekocht. Sie hat keine One-Hit-Exte. Sicher? Ich glaube sie nicht. Du sagst sie dann nur so kurz durchgehalten. Das wird jetzt Starloser. Also. Guck mal, da ist wieder einer, Grant. Eigentlich war Kone bei einem Chase. Und ich hab ihn, ich hab sie abgenommen, damit er nicht stirbt. Du hast ja noch kürzer durchgehalten. Erstmal bin ich Ehrenmann. Und dann hab ich zwei Hits bekommen. Ich hab mich gezeigt, damit ihr retten könnt. Deine Priorität, Leute. In Windeseile. Warte, hast du heute irgendwie, was heißt denn, eine Cola getrunken? Ja. Oh, ein Maß, Alter. Aufgedreht. Ganz aufgeregt heute, der Essigste. Ja. Gelaunt, dass man keine Kopfschmerzen hat wie die letzten Tage. Oh, sehr gut. Muss man ausnutzen. Ja dann, party hard. Rein da. Ne, ich hab auch keinen Bock mehr. Rein machen. Ja, du bist in einer extrem geilen Nobby. Kann man schon mal feiern. Ich find's will ich. Boah. Ich mein, hat nicht jeder auch die Ehre mit Kunran hier mal ne Runde zu drehen? Kunran ist ein altes Eisen, wie sagt man das? Ein altes Eisen. Oha. Also nicht alt, alt, aber ach. Ja, wo sind es gekommen? Ja, wo sind es gekommen? Nein, er ist schon lange dabei. Was? Ja, er ist, also was soll ich sagen? Aber nicht so alt, bin ich nicht schön. Man muss aufpassen, was wird nie formuliert. Fein, die Menschen. Also ich hab alt gehört, in deiner Formulierung. Ich auch, aber ich distanziere mich davon. Ach, das ist, wenn jemand sagt, hey du alter Hau-Degen. Dann meint der doch nicht, du bist alt. Wie ist der Degen? Hey, Typpeltown. Haste Degen, moin moin. Da hab ich mir jetzt nen Kommentar von Grants erwartet. Siehste, der Chat hat schon ne richtige für Kunran hier. VIP hättest du auch etwas sagen können. Aber da kommst du nicht drauf. Alter VIP. Sie schmeißt einfach, ich häng am Haken und sie schmeißt daneben. Alles klar, good job. Earlyfork, sechster Monat. Ich rette die Beauty. Personal Space, bitte nicht berühren. Nur so 20 Zentimeter drüber halten, danke. 20 Zentimeter trennen uns, das stimmt. Ach, die brutale Stärke? Wir sind wieder bei dem Thema angelangt. Wir packen das hier. Hat Julie endlich zugeben, dass sie doch ü-dreißig ist? Ne, ne, das dürfen ihre Zuschauer nicht wissen. Oh, war nicht gemutet, sorry. Easy, easy. Also 36 Jahre, ihr wollt mir einreden, ich sei über 30. Naja, wir kennen uns ja damit auch aus. Ja, die kämpft jetzt hier. Ich brauche eine Unterstützung, bitte kommen zum Haken, bitte kommen. Ich bräuchte einen Anhubfreunden. Daneben. Oh, Ehre. Tunneler, Tunneler, Tunneler. Hallo, Julie. Könnt ich wieder retten? Ne, ne, die geht ganz hinten rum, alles gut. Ich kann nicht, ich kann nicht. Mann, Mann, Mann. Ich hab'n Freund, Julie. Oh, das ist schlecht. Willst du zwei? Oh, das ist schlecht, es hat so gut gepasst. Können wir unten rein, da leuchtet der doch noch? Ah, drück auf gleich. Der ist auch schon fast fertig. Ah, sie ist hier! Oh, Hilfe! Okay, ich renne wieder hoch. Was? Ich hab' keine Ahnung, wo sie ist. Wo ist eigentlich Julie? Die war eben noch da oben im Gasthaus. Ach, heuerlich, die Leute. Was, wie, das war gut und das war nicht cool, Mann. Scheiß. Was? Wie, ihr geht, warum macht ihr auf? Bis dahin, Julie, tschüss. Ne, wir sind raus, Julie. Warum macht ihr immer? Wir müssen, wir werden rausgeschlagen. Du bist doch tot jetzt, Dead on Hope. Ja, ich bin nicht. Tschüss. Der ist Anzeigefehler. Ich bin tot. Anzeigefehler war das. Anzeigefehler war das. Hilfe. Die muss nachladen. Jungs, wenn ihr jetzt verkackt. Hallo. Lock, Julie. Wie lasst du? Ja, ich dachte, ihr haltet mich. Julie, bewegt dich bloß nicht. Ich dachte, ihr habt einen Flan. Ich geh hier an der Seite lang, damit sie freie Sicht hat. Ja. Schau mit dir. Schau mit dir. Ach, du bleibst. 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 Jeder für sich. 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 Jeder für sich, Freunde. Ich krieg schon mal ran, Leute. Ich bin der Erste, der hier rausgeht. Wie hast du mich da? Wie hast du mich da? Wie seht's hier? Ihr hättet euch lieber hier drin sterben lassen sollen, Leute. Ja, dass wir rauskrabbeln, ne? Oh mein Gott, Jungs. Wie konnte das passieren? Julie, kriech du Made. Wie konnte das passieren? Es ist alles schief gegangen. Also Kunran und ich sind raus. Kunran und ich sind raus, Leute. Es ist offen. Es ist wirklich offen. Es ist alles schief, was schief werden konnte. Schacht ihr das irgendwie? Also ja, wir sind am Ausgang. Aber ich war... Oh, ich kriech weiter. Kriech. Aber ich hab ein Breakable. Ja, dann steh doch auf. Oder kriech. Ja, aber was geht schneller jetzt? Kriechen, kriechen. Jetzt geht's kriechen. Ich block dich, Julie. Mit deinem Ass, oder? Boah, schaffst du's noch raus? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee, Julie! Ja, sie kommt. Nice, okay. Oh mein... Ah no! Oh mein Gott. Jungs, ich hab das Fegefeuer schon angemacht. Ich mein, weil sie so greeny waren, das geschieht ja so recht. Oh mein Gott, was ist das? 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 Das war echt lustig. Jetzt so, Julie, wir konnten gar nicht raus. Was war das bitte für ein beklopptes Ende, ey. Oh mein Gott, okay, sowas hatten wir auch schon lange nicht mehr, Leute. War auf jeden Fall mega wild. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst gerne einen Like da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich krieche hier nochmal genüsslich in den Ausgang rein. Und ja, ich sag einfach mal, haut rein. Ciao, ciao.